Ich bin Jedi, Digga. Ich bin Jedi. Kannst du mir nicht entkommen. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Alter Schwede, der Jedi. Äh, Jedi. Wieso sag ich immer Jedi? Der Jedi geht richtig ab. Die Leute flüchten ins Wasser und kriegen dann einfach einen richtigen Handkantenschlag. Willkommen. Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer nächtlichen Runde Ender Games. Mit meinem ausgesprochen guten Freund PalutenLP. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer redig fetzigen Runde hier. Wuuu. Wihihi. So, das waren einfach mal beide Kontraste. Ich bin ein Yeti. Was bist du? Ich bin viel zu langsam vor all dem gewesen. Ich habe den Start leider etwas verpasst, aber habe auf jeden Fall mir ein paar Dias schnappen können. Echt? Kracher Typ. Ich habe echt viel bekommen. Ich habe ja auch gerade ganz starke Probleme. Ich komme hier vor allem auch nicht mehr raus. Das ist mein primäres Problem. Ich komme hier auch nicht mehr. Wie heißt du? Weiß ich nicht. Egal. Ich werde mich hier erstmal mit der Ender Pearl rausbuxieren. Bist du Bommelbeere oder so? Nee, Bommelbeere doch nicht. Irgendwie so. Oh, ich habe hier ein ganz großes Problem mit dem Jedi. Ach, ich kann hier übers Eis gehen. Oh. Ja, wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Der Yeti hat dich ganz groß gemacht, wa? Ja, aber das Problem ist nur, der Yeti hat einfach mal so gar keine Items. Oh, ich sollte mir mal jetzt hier doch was snacken. 30 Sekunden. Ach, alles easy. Puh. Was hast du denn so alles im Pad? Du hast schon einen Diashpad ready? Nee, mache ich gerade. Ich habe, wie gesagt, mich gerade ein bisschen verkalkuliert hier mit allem. Und jetzt ist hier nämlich gerade direkt der Gegner. Wie viele Sekunden haben wir noch? Nicht mehr viele. Was heißt nicht mehr viele? 15, ne? Nee, vielleicht. Oh, ich muss mich richtig beeilen. Okay, das kriegen wir nicht hin. Alter, ich werde dich so snacken. Du zielst auf mich, du zielst auf mich. Jawohl, da bist du down. Fuck, Alter, fuck, 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 das darf ich nicht angehen, das darf ich nicht angehen. Na, was läuft bei dir? Alles gut, alles gut. Der Typ ist in den grünen Bereich. Der hat aber auch einen Bogen oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht bin. Ich bin jetzt erstmal weg. Oh, da unten sind zwei. Mann, ey, die sind einfach viel zu nah dran hier an der Action. Das war mein Problem gerade. Oh, oh, oh. Der Yeti schlägt wieder zu. Oh Gott, ich werde beschossen. Nein. Mann, das ist nicht raus hier. Der hat richtig viel Schaden gemacht. Kommst du her. Oh, da ist ja noch einer. Der eine fliegt ins Wasser. Wo ist denn der andere? Ne. Oh, ich wurde geportet. Boah, Alter. Hm, was? Ich kann mir auch gerade nichts craften. Beziehungsweise doch putzen könnte ich. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Was ist da los? Da ist er down. Get down. Der ist nicht gut, Berksman. Ne. Der ist wirklich... Das geht besser. So, warte mal. Lass mich hier nochmal ein bisschen weiter probieren. Vielleicht, dass ich hier noch was hinkriege als aller Yeti. Ich bin ja auch nebenberuflich Yeti. Du bist ein Yeti? Yeti. Ach, Yeti. Ich bin Yeti-Yeti. Also in deinem Smart sitzt. Ich stelle ich mal so einen Yeti so Smart vor. Thumbnail, Leute. Thumbnail. So, wir machen ja erstmal ein bisschen Goldbarren. Zack, zack, zack. Okay, das haben wir gut hinbekommen. Ich muss sagen, ich habe irgendwas bei mir verstellt. Und dementsprechend ist mein Mauscursor irgendwie ganz hieselig. Das nervt mich. Ach, du machst... Ach so. Jetzt check ich es erst. Als Yeti ziehst du diese Schneespur hinter dir her. Alter. Ja, ja. Warum? Das ist doch dämlich. Ne, das ist voll cool. Guck mal hier. Ja. Ach so. Ja, gut. Aber trotzdem. Ist er tot? Ja. Hä? Warte mal, jetzt hier, komm. Ich kann ihn einfach nicht... Ich kann ihn nicht treffen, weil hier alles zu Eis wird. Was ist das denn? Jetzt komm. Ist er down? Ja, der ist tot. Bam. Kein Problem. Super Yeti. Das ist voll cool. Man kann hier überlängs laufen. Was geht ab, Bro? Fletcher. Oh Gott, du bist auf meinen Eisspur. Hui, und den Nächsten. Du hast den Eisspur. Ey, der Yeti gefällt mir. Mein Eissprung, den habe ich auch manchmal. Aber nur einmal im Monat. Zack. So, jetzt brauche ich nochmal... Alter, ich habe ein bisschen Angst. Oh, 25 Blöcke. Alter, ich habe nichts zu essen. Hab ich irgendwas? Ne. Ah, ich habe einen Trank der Heilung. Oh doch, ich habe Äpfel. Oh, ich habe Angst, dass er direkt hinter mir ist. Ah, ich kann ja einfach hier flüchten. Oh Gott. Jetzt bin ich unter Wasser. Was machen die denn alle immer im Wasser? Das kann ich nicht verstehen. Sind das alles Haie? Da vorne. Oh, der ist richtig gut equipped. Verdammt. Ach, wir haben noch die... Warp Bench. Zack. Bekraften wir uns jetzt. Erstmal ein paar Pants. Die brauchen wir noch. Fancy Pants. Fancy Pants. Oh. Ein paar Boots kann ich mir auch noch bauen. Hast du dafür auch einen schönen Song? MC Boots. Nein. These Boots are made for walking. Stimmt, ja. So, ich hole mir jetzt den einen hier. I like big boots. Hätte ich auch noch gehabt. Ja, der ist auch nicht schlecht. Oh, der passt nicht auf. Doch, der passt auf. Verdammt. Der ist... Komm, hier. Ich bin Jedi, Digga. Ich bin Jedi. Kannst du mir nicht entkommen. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Alter Schwede, der Jedi... Äh, Jedi... Wieso sagen wir mal Jedi? Der Jedi geht richtig ab. Die Leute flüchten ins Wasser und kriegen dann einfach einen richtigen Handkantenschlag. Von MC... Dizzle. Tut mir leid, Leute. Es ist schon ein bisschen spät und dementsprechend laber ich noch mehr Kacke als sonst. Ich bitte das wirklich... Das wüsst du gar nicht. So ein fettes Röntgen. Auf jeden Fall. Ich bin richtig neidisch auf dich. So, warte. Jetzt hier nochmal. Paar, paar Potatoes. Wie viel leben denn noch? Muss mal... Nein! Ah, das war ein Fehler. Da habe ich jetzt meinen... Hä? 27 Blöcke? Muss doch hier irgendwo. Da oben. Ergeblich ist er... Haben wir... Die... Die hat es nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass da jetzt einer richtig... richtig immer equipped ist. Und mich hier gleich einfach richtig wegschlönst. Da, 33 Blöcke. Die habe ich gerade schon gesehen. Na, komm. Ne, du kommst mir nicht. Jawoll! Ein Schlag! Das ist schöner... Schöner... One-Hit. Ich habe einmal gesagt, One-Shot. Ne, One-Shot? Ja doch. Obwohl ich jemanden einfach nur... Geschlagen habe. Ja, der war nicht gut. Der war nicht gut. Aber der Jedi ist auf jeden Fall gut, ey. Also der... Der Jedi... Also der... Die Gegebenheiten dieser Map bieten sich da natürlich auch sehr, sehr an. Was kann der Jedi denn noch so? Hat... Kann so Slowness-Effekte. Ah, ich sammle die ganze Zeit keine Sachen ein. Das ist nicht ganz so gut. Egal. Wir gehen mal mehr in die Offensive. Ich glaube, der hat auch was zu essen. Oh, ich habe zwei Dias. Okay. Wir haben aber nicht genügend Holz. Sollten wir unseren Radar... Oh, der kommt. Der 48 Blöcke. Das bedeutet, der bewegt sich definitiv in unsere Richtung. Ja, da unten sehe ich ihn sogar schon. Oh, no! Nein! Oh, ich wurde geported. Oh, Mist. Wo bin ich denn? Ach, da geht's. Oh. Mal hier. Zack. Oh, da drüben ist einer. Da vorne auch. Der macht aber Augen. Erziehe da gerade. Damit haben wir nicht gerechnet. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Der mit seinem Dias-Schwert... Oh Gott, komm. Komm, 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 komm. Jawohl, der Nächste. Oh Gott, ich muss unbedingt reggen. Ich muss sowas von reggen. Alter Schwede. Ey, wie viel... Ich weiß gar nicht, wie viele ich schon gesnackt habe. Es waren auf jeden Fall verdammt viele. So, jetzt die Sachen hier mal weglaufen. So, ich brauche... Ich sneak... Ah, sneaken bringt ja nichts. Ich kann hier aber... Doch, ich werde hier erstmal verharren. Kommt er? Ich habe überhaupt keine Lust, dass er mich abballert. Der eine Minecraft-Lappen, ey. Na komm. Na, wieder geported. 161 Blöcke. Okay. Erstmal, erst mal sind wir safe. Erstmal jetzt das Dias-Schwert bauen. Und wir brauchen einfach den Schaden und am besten dann noch in irgendeiner Weise einen schönen Crafting-Table aufsuchen, damit wir das dann natürlich gleich verzaubern können. So, jetzt haben wir davon aber echt mal genug. Zack, zack, zack. Gamebench. Wie viele Meter sind die noch weg? Hunde... Ja, okay, alles. Alles cool. Jetzt erst mal schön Dias-Schwert. Ach, das ist doch schön hier. Diamant. Auch, ich hatte schon eins. Mist. Können wir jetzt aber erst mal das hier runterwerfen. Die Runde könnte echt deins werden, ne? Die Runde könnte... Könne die Runde meines Lebens werden. Zumal ich hier sogar nochmal ein Upgrade mir snacken kann. Zack. Obwohl der Eisenhelm... Ob der jetzt wirklich so... Doch, stimmt. Ich hatte ja die ganze Zeit gar keinen Helm. Dementsprechend war das die beste Wahl. Gucken wir mal. Schauen wir mal. So, 100. Noch einer, noch einer, noch einer. Oh, krass. Okay. Ja, der wird dann aber auch ziemlich im Balance equipped sein. Oh, ein Dia-Helm? Ah, hätte ich den bloß vorher mal gefunden. Ja, es ist 123. Ich glaube, ich lasse den lieber zu... Der soll lieber hierher kommen. Ah, du mach mal Action. Ne, ne, ich muss ja irgendwie auch so ein bisschen... Der soll jetzt ja schon zu mir kommen. Ne, kommt er aber nicht. Weil hier kann ich ja die Gegebenheiten einfach extrem gut ausnutzen. So an Land, wenn wir dann irgendwie das gleiche Quip haben. Wer weiß, was er dann wieder ist. Wahrscheinlich so ein TNT-Dude. Egal, wir gehen dann einfach mal... Alles oder nichts, Leute. Alles oder nichts. Schauen wir mal. Ich hab einfach mal ein paar Lufen in den Chat geschrieben, weil ich so blöd bin. Ach Gott, ey. 77 Blöcke. Der soll mal herkommen. Ne, tu da aber nicht. Ne. Vielleicht kann ich ihn aber überraschen. Das wär's vielleicht. 51 Blöcke. Die Gegebenheiten sind hier nicht so geil. Warte mal, 37. Da oben. Ah, der wartet da oben. Wow. Kacke. Ich bin da runtergefallen. Jetzt bin ich hier ein leichtes Ziel. Oh, oh. Wo ist er jetzt? 39 Blöcke. Ich hab vor allen Dingen auch nichts mehr zu essen. Das ist mein Problem. Ach doch, warte mal. Ich kann einfach Brot machen. Zeig. Kommt her. Ne, 52 Blöcke. Jetzt läuft er wieder weg. Was ist da los mit dem? Ähm. Snack. Ihr macht's aber spannend, ne? Ja, ja. Das ist, das ist, das ist richtig spannend hier gerade. Ich möchte das nämlich auch nicht verkacken. Es ist noch einer hier. Aber wer weiß, wie der jetzt. Ist er da unten irgendwo? Na, der ist da oben. Ja, warte mal. Komm noch her hier. Jawohl, da macht's. Da klingelt's doch. Wow. Da klingelt's. Na, ich bin einfach nur, ich bewege mich. Ich bin, ich bin nicht wie ein Tänzer. Ich muss ja ein bisschen ein bisschen mehr Tänzeln. Oh ja, du hast ihn. Er ist in der Lava. Du hast ihn. Jetzt komm. Der hat sich gelöscht. Ja. Verdammt. Verdammt, Alter. Aber Respekt an ihn, dass er sich daraus noch retten konnte. Der alte Lappen. Oh, jetzt wurde ich ge... Ah, jetzt ist er da oben. Ich muss da irgendwie rankommen. Komm, 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 komm. Alter. Oh, der ist so gut equipped. Jawohl, und gesnackt. Bam. Alter Schwede. Dann nochmal einmal ein Schuss und dann nochmal ein schöner Schlag hinterher. Schöne Runde. Booyah. Das... Ey, wir haben richtig aufgeräumt. Richtig viel Spaß hat diese Runde gemacht. Und ich kann wirklich dieses Yeti-Kit nur jedem ans Herz legen. Vor allen Dingen, wenn da irgendwie mal so eine Map ist mit Wasser. Okay, das weiß man im Vorhinein. Vorhinein? Was ist das Wort, was ich suche? Ist es richtig? Ja, ist es richtig. Gut. Die Abmoderation auf jeden Fall mal wieder ein wenig verkackt. Aber ich bin ein wenig geflasht. Und ich sollte die Kopfhörer nicht rausnehmen. Dann höre ich Herr Bergmann ja nicht mehr. Nur gut, Leute. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dieser traumhaften Runde. Schaut auf jeden Fall mal bei diesem netten Herrn hier vorbei. Bei Herr Bergmann. Der ist auch unten verlinkt. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Haut rein. Ciao. Tschüss.